Samstag, 3. Oktober, 14 Uhr, Karl-Benz-Stadion, Waldhof Mannheim gegen Tückischü-München, 4 zu 4. Jan Schrestobar Artheles, Jan Just, Jan Henrik Max, Markel Hofer, Arianid Freyati, Max Schristinsen, Raphael Kigra, Markel Korsi, Hartzah Sarri, Dominik, Marifik, Antoni, Anton, Dockherr, Jetzt komm ich dran, Tückischü-München, Tückischü-München, René Volta, Hi Jungpack, Kilian Frischner, Azur Felingia, Vindikt, Grisch, Rinken, Sarah Reach, Boba Kerch, Badie, Aaron Spitzel, Belieb, Ernacht, Tom, Rea Re, Peter, Silskofik, 22.30 Uhr, 22.30 Uhr, 22.30 Uhr,